Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Arme Seelen in Not anzunehmen bei Elicina Sternrufer in Asiatar. An dieser Position ist eine tägliche Quest, die für den Verbündeten Erfahrung gibt. Nehmt sie an. Nun darf man ins Questgebiet laufen, dazu kann man einfach hier drüber hüpfen und schon ist man im Questgebiet die gequälte Seele getötet. Nun, diese Geister hier sind schon mal keine gequälten Seelen, sondern hier darf man diese Haufen looten und dann erscheint erst die gequälte Seele. Ob es welche einfach so im Questgebiet gibt, werde ich gleich mal nachschauen. Aber schon mal, was ihr suchen solltet. Noch ein Haufen looten, schon erscheint eine gequälte Seele. Weiter geht's. Eine gequälte Seele, nichts zu finden. Was ist da noch? Wachsüchtiger Hochgeborener, der zählt nicht für die Quest. Aber wenn er uns angreift, dann hauen wir zurück. Hier sieht man noch solche Knochen. Uralte stärkliche Überweste looten und schon erscheint der Mob. Letzte Atemzüge lohnt es sich zu unterbrechen, weil das ist ein Dot, der ziemlich viel Schaden macht. Falls ihr ein bisschen meinen Kanal supporten wollt, dürft ihr ihn gerne abonnieren und oder diesem Video einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen. Ich schau mal hier oben, ob noch was ist. Sieht jetzt nicht so aus. Ah, hier. Benutzen. Ich laufe ein bisschen weg von den neutralen NPCs bzw. Geister. Sonst haue ich sie an und dann hauen sie mich. Oh, den wollte ich unterbrechen. Jetzt werde ich noch was anderes ändern. Ja. Ach, ist das schön. Wäre zu blöd, wenn sich was Unangenehmes ändern würde. In euch schlummern gewaltige Kräfte. Dahinten ist noch so ein Knochenhaufen. Hab jetzt 2 von 8. Also die Post dauert ein bisschen. Ah, zu spät. Dafür wird er mich fiebern vermutlich. Tadaaa. Nein, umgehauen zuerst. 4 von 8. Hier sind gleich 2 Haufen. Ich werde jetzt den Dot durchgehen lassen. Ich werde dafür den 4 unterbrechen, falls droht durchzukommen. Ja. So. Nächster Knochenhaufen. Hätte eh noch Pooldown gehabt auf Unterbrechen. Hier unterbrochen. Das heißt irgendwas mit Weglagen, Dev oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, sobald man weh liest, unterbrechen. So. 6 von 8 habe ich. Es ist 7 von 8 und 8 von 8. Wunderbar. Ja, jetzt habe ich 2 solche Drecksmobs an der Packe. Nach Pooldowns. So. Eine ist weg und der zweite auch. Hab jetzt 7 von 8. 8. Oh. Ich nehme lieber diesen Haufen. Das sind keine negativen Mobs, sag ich mal. Ich werde meinen Schwur erfüllen. Ah. Ah, doch. Hab unterbrochen. Gut. Nein, jetzt werde ich geführt. Stellt euch mir. Wohin werde ich denn geführt? Was? Ja. Ich werde meinen Schwur erfüllen. Ja. Aber. Quest ist bereit zur Abgabe. Ihr könnt mich mal mobs. Ha. Bin ich nochmal in den Kampf gekommen? Oh, ich hasse Anhänger. Ich hasse sowas von Anhänger. Ich habe WOD und Legion keine Anhänger dabei gehabt. Wegen sowas. Also, keine Macht in Anhänger. Weg damit. Brauchen wir nicht jeden möglichen Mob. So, dann töte ich halt noch den. Best ist bereit zur Abgabe bei Elchina Sternrufer in Asiatar an dieser Position. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Eizocke Ende.